Dijks ist eine französische Gemeinde im Département Côte d'Or in der Region Bourgogne-Franche-Comte. Sie gehört zum Arrondissement Dijon, zum Kanton von Tenley-Dijon und zum Kommunalverband Grand Dijon. Geografie Die 1427 einwohner zählende Gemeinde Dijks liegt an der nordwestlichen Peripherie der Großstadt Dijon auf einem Hochplateau über dem Fluss Autsche. Nach Nordwesten greift das Gemeindegebiet fünf Kilometer weit auf ein hügeliges und waldreiches Gelände aus, das bis zum Flugplatz Dijon-da-Royce reicht und Höhen von über 400 Meter aufweist. Die höchste Erhebung bildet ein Aussichtspunkt an der Färme Dujien-Dobshörf mit 476 Meter über dem Meer. Zu Dijks gehören die Ortsteile Bonne-Vo, Jainschei und Champs-Moron. Nachbargemeinden von Dijks sind Haut-Tevillé-Dijon im Norden. Ahü im Nordosten, Fontaine-Ledijon im Osten, Talant im Süden, Plombieres-Ledijon im Südwesten, Prineus im Westen sowie Darois im Nordwesten. Geschichte Der Name des Dorfes tauchte bereits im Jahr 630 als Distrus auf. Im Jahr 783 sprach man von Distrum, 869 wurde daraus Distatium. Nach diesen geller-römischen Varianten hieß das Dorf elf 187 die EZ. 1337 taucht erstmals Dijks auf. Im Jahr 1751 änderte sich die Schreibweise zu Dijks, um dann ab dem Ende des 18. Jahrhunderts zu Dijks zurückzukehren. Zwischen 1610 und 1789 hatte Dijks elf Herren, die meisten gehörten der Familie de Benigne Jacques Wout an. In den 1630er Jahren entstand das Manoir dieser Familie in der Rued Fontaine, von dem noch ein Teil der Bausubstanz inklusive Park erhalten ist. Am 14. Dezember 1789 wurde das erste Kommunalgesetz beschlossen. Die heutige Ausdehnung von 11,8 Quadratkilometer erhielt Dijks 1807 als die Weile 1807 Bonne-Voix, Champs-Moron und Chainschei eingemeindet wurden. Während des deutsch-französischen Krieges fand am 26. November 1870 ein Nachtgefecht statt. Bevölkerungsentwicklung Sehenswürdigkeiten Kirche Saint-Laurent 1848 erbaut Wirtschaft und Infrastruktur Ein traditionell wichtiger Beschäftigungszweig in Dijks ist die Landwirtschaft, hier insbesondere der Weinbau. Die Reben um Dijks gehören zur Weinbauregion Burgund, im Besonderen die Appellationen Bourgogne-Alligote. Bourgogne-Passette-Out-Grain und Bourgogne-Grand-Ordinaire Zu den Weinen aus Dijks zählt auch der leichte Schaumwein-Creme in de Bourgogne. Weitere landwirtschaftliche Produkte aus Dijks sind Käse, Geflügelschweine und Rindfleisch sowie Senf. Arbeitsplätze bieten auch die Flugzeugwerften Fincher-Kräft und Dünner Aero. Die Betriebe nutzen den nordwestlich von Dijks gelegenen Flugplatz Dijon-Darois zur Erprobung des Fluggerätes. Der Flugplatz ist darüber hinaus seit 1957 vom Luftsportverein Aero-Club de la Côte d'Or genutzt. Viele Arbeitnehmer pendeln in die nahe Stadt Dijon. Durch Dijks verläuft die Fernstraße D971 von Dijon über Schatijon-sur seine Nachtreus. Weitere Straßenverbindungen führen von Dijks nach Hauteville-Ledijon und Plombieres-Ledijon. Der nächste Autobahnanschluss liegt unmittelbar südlich von Dijks an der Autoroute A38. Im nahen Verkehrsknoten Dijon bestehen Bahnanschlüsse in alle Richtungen. Partnerschaft Mit der rheinhessischen Gemeinde Wackernheim verbindet Dijks eine Gemeindepartnerschaft. Mit der rheinhessischen Gemeinde Wackernheim verbindet Dijks nach Hauteville-Ledijon und Plombieres-Ledijon und Plombieres-Ledijon und Plombieres-Ledijon und Plombieres-Ledijon und Plombieres-Ledijon. Mit der rheinhessischen Gemeinde Wackernheim verbindet Dijks nach Hauteville-Ledijon und Plombieres-Ledijon und Plombieres-Ledijon und Plombieres-Ledijon.